Ach, Gott. So. Ach, mach. So. Nee, du spuckst mich hier nicht mehr an. Das war dort hinten. Wartet mal. Hier ist wieder diese... diese Scheißstelle. Komm, komm, Häschen. Ich weiß auch nicht, wie wir zu diesem Papagei kommen können. Ja, guckt, guckt. Ich meine, ich versuche doch schon. So. Ja, jetzt war die Katze noch da und trotzdem hat sie mich nicht aufgesammelt. Na, ich habe auf X gedrückt. Wieso springst du nicht, wenn ich auf X drücke? Was machst du da? Was ist das? Ach, mach. Ich habe es geschafft. Wie mein Gott. Komm, mein Papagei-Freund. Warte. Möchte ich hier hoch? Hilfst du mir hoch? Oh, Bombe. Oh, Bombe. Wartet. Bob Marley ist wieder in Aktion. Und? Jetzt. Jetzt hier hoch. Ah, okay. Wartet. Ah, Bombe. Wartet. Genau. Diese superschönen Raketen hier auch einsammeln. Die sind ja irgendwie von Nöten. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass diese, diese, diese schönen, tanzenden Männchen mich hier nicht verletzen mit dem... Wartet mal, wartet mal. Okay, wir können hier nicht drauf... So, das wollte ich. Man kann hier nicht stehen bleiben bei diesen... Äh. So. Schieß ihn an. So, jetzt hier runter. Ich kacke hier auf diese Punkte hier. Die brauche ich nämlich nicht. Ha, ja, ich bin zu gut dafür. Wartet. Hier war doch unten das Leben. Das hole ich mir. Genau. Level, level up schon wieder. Ja, ja, level up. Mach. Haken. Ich hasse Haken. Oh, Mann. Nerv nicht. Jetzt aber. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Ob. Der ist ja geschossen wie eine Rakete. Tschüss. Was ist denn? Jetzt. Rakete. rein. Diamanten holen. Raus. Hoch. Karotte. Brauchen wir nicht. Na, wartet. Na, wartet. 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 Ich krieg das wieder hin. Ich bin etwas ruhiger, weil ich mich total konzentriere. Ich bin etwas. Ich bin etwas. Eigentlich reicht es, wenn ich hier... Ja, das mach. Nein. Ja, irgendeiner Papagei ist weg. Wenn ich einmal getroffen wäre, ist der Papagei weg. Ey, wie kacke ist das? Äh, spätestens hätte ich ihn hier verloren. Ah, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Ne, du kriegst mich nicht. So, und jetzt hier... Ach, komm schon. Komm. So. Oh. Oh, wieder Bob Marley. Na, nee. Was tust du? Ja, total gestoned hier wieder. Ey. Ja, okay. Einfach durchgerusht. Wieso ist da die Katze eigentlich? Wenn da eh ein Baum ist. Und hier ist wieder das Exit. Exit. Ab. So. Jetzt sind wir im weiteren Level-Bereich. An dieser Episode. Nochmal heißt es Alice im Wunderland. Nein. Du kriegst mich nicht. Du Maus, du. Was ist das denn für... Sieht aus wie Dynamitbomben. Und hier ist wieder irgendwo Bob Marley. Ja. Boah. Und Laberlampen sind hier auch. Oh ja. 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 Äh. Was war das? Ah, scheiße. Wie geil. Das sind... Das sind doch... Das sind Bomben. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ich rushe hier nicht. Ihr wollt doch nur, dass ich rushe und alles hier versäuere, versaue, versaue, vergeude. Übersehe und so. Ich will die Karotte. Okay, die will mich aber nicht. So, das hier. Wartet mal. Hier oben ist doch noch etwas. Oh, diese Pingpongbälle als Munition. Okay, ich glaube, das war es hier alles, was ich hier einsammeln konnte. Ah, geh runter, geh runter. So, geh runter. Nein, nein, du spuckst mich nicht an. Wartet mal. Okay, die Karotte will mich auch nicht. Ich glaube, mein Leben ist, glaube ich, voll. Na, mach. Wieso geht das nicht? Okay, wieder müssen anscheinend diese... Nein! Wartet. So. Okay, da... Es will mich nicht. Ich kann... Oh, da wartet mal. Wird das funktionieren? Es hat funktioniert! Okay, gut. Jetzt wissen wir das aber mal. Das ist ja total cool. Na, mach. So. Kuchen auch eingesammelt. Mann, Mann. Ich komme hier nicht hoch, hoch. Was ist mit dir? Wartet. So. Das ist das blaue. Habe ich kein Feuer... Dings mehr? Tatsächlich. Ich habe kein Feuer mehr. Oder? Nee. Eis? Hm. Und das ist das andere. Oh ja, das geht auch. Okay, gut. Was tue ich denn da? Ja, jetzt. So. Zwei goldene Kisten. Ich will sie haben. 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 Verfahren. Oh. Oh. Noch mehr davon. Bleib stehen und lass dich zerstören. Jetzt habe ich die Ping-Pong-Böllchen laufen lassen. Okay, Checkpoint. Ah, hör auf hier einen Bud-Stamp zu machen. So. So. Jetzt sind wir wieder Spass. Ich kann mit ihm nicht umgehen. Bäh. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann damit nicht umgehen. Ich weiß, dass der eventuell witziger ist, aber ich kann trotzdem mit ihm nicht umgehen. Deswegen. Mann. Ah, der ist ja. Warte. Geht's hier eigentlich hoch oder müsste ich da eigentlich da lang? Okay, anscheinend muss ich da sowieso hin. Nein. Komm. Nein. Nochmal. Nein. Nochmal. So. 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 Jetzt rutsch nicht so aus mit deinen Stiefeln. Nein. Ne Fiel, ne Mücke. Na komm. Komm, ich krieg dich. Ich kann mich nicht bewegen. Warte. Warte. So. Hast du davon. So. Ah. Bei dem ist die Waffe grün. Okay. Kuchen. Kuchen. Was ist das? Was ist das? Was war das? von mir? Von mir. Von mir. Von mir. Okay. Okay. Exit schon wieder. Das ging ja schnell. Was ist das denn? Schon wieder Babuschka. Nee, Babuschka-Krebse. Genau, das sind die Babuschka-Krebse. Oh, okay. Die muss man auch dreimal beschießen, bis da irgendwie eine Wirkung kommt. Nein, das will ich nicht. Nein, jetzt geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Wieso kann ich nicht einfach mal in Ruhe gelassen werden, damit ich auch alles schön einsammeln kann? Wieso funktioniert das nicht? Ist das zu viel verlangt? Anscheinend schon. Genau. Somit... Nein! Nein! Okay, da habe ich somit nichts verpasst. Boah. Na, wartet mal. Wir machen das einfach so. Ding. So. Gut. Was ist denn hier? Wartet mal. Hier ist der. Psst. Wartet. So. Boah. Ich finde, die Krebse, die sehen ja nicht mehr so schrecklich aus. Wieso müssen wir die eigentlich umbringen? Die sehen eigentlich total süß aus. Watch it. Okay, scheiße. Gut, der kann sich daran also verletzen. Ein Level ab. Leben ab. Ja, ist klar. Jedes Mal, wenn ich das schon höre, weiß ich, dass ich mich schon verbessern muss. Was das? So. Nein. Na. Komm. 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 Ach. Äh. Mach schon. Irgendwie. Es kann doch nicht sein, ich möchte hier runter. Wie soll ich das hinbekommen? Wartet. Hm. Er will nicht. Er will nicht. Ach Gott. Okay, dann machen wir es halt nicht. Wartet mal, hier kann man doch auch irgendwie sicherlich rund... Wow. Schon wieder ein Leben ab. Wartet. Ich will... Was ist das? Wartet. Naja, wenn man schon hinschießen kann. Ich will hin. Ich will hin. Okay, dann halt nicht. Auch gut. Mann. Ah, geh weg. Ich will nicht sterben. Oder auch verletzt werden. Nein. Was tust du denn da mit deinem Hintern wieder? Okay, das sind wir... Ich glaube, das ist wieder eine Anzeige, damit wir die Bomben hier scharf machen. Ja. Äh. Jetzt sind da schon so viele Munitionen, und dass ich hier durcheinander komme mit der ganzen Munition. Boah. Mach! Nein! Oh, 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 oh. Geht's hier eigentlich hoch? Ja, es geht hoch. Wassermelonen. Wassermelonen! Ein... 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 Ein Coin. Wartet. Na? Was tust du denn da? Wartet. Wie... Wie habe ich denn das jetzt davor gemacht? Na, mach doch! Ne, wartet. Ich glaube, das war... Ach, mach schon! So, ne? Ah! Sei nicht so blöd zu mir. Wieso geht das jetzt nicht? Ich drücke jetzt, wenn man aufwächst. Wieso machst du denn Helikopter hier nicht? Oh Gott, ich hasse dich! Hasse! Kanalie! Jetzt doppel, doppel, doppel... Ja. Jetzt hat er hingehört. Aber davor? Ne, vergiss es. Helikopter! Oh, du hast Glück gehabt, dass du das jetzt aufgesammelt hast und natürlich dich getötet.